Hey, ich bin Nikolas Müller, 18 Jahre alt und spiele für Modohockey. Ich bin jetzt das dritte Jahr in Schweden und ich glaube die individuelle Ausbildung und der Speed haben mir sehr weitergeholfen. Es ist eine riesige Ehre für mich an den U20 WM teilzunehmen und ein grosses Saisonziel. Das persönliche Ziel wird sein, alles zu geben für das Team und möglichst viele Goals zu schiessen. Wir wohnen in der Helsingale von Sverige Nikolas Müller.